Die Bibel in einem Jahr, Tag 124. Wie du die Welt verändern kannst. Martin Luther King Jr. lebte und starb dafür, die Gesellschaft zu verändern. 1964 erhielt er als jüngster Mensch den Friedensnobelpreis für sein Engagement gegen Rassentrennung und Diskriminierung. Kraftvoll und denkwürdig sprach er von seinem Traum, eines Tages in einem Land zu leben, in dem seine Kinder nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt würden. Er träumte von einer veränderten Welt, in der sich alle Menschen bei der Hand nehmen und sagen, Endlich frei! Danke, Herr, wir sind endlich frei! Martin Luther King Jr. war ein Nachfolger Jesu. Seine Agenda war das Reich Gottes. Beim Reich Gottes geht es nicht nur um die Veränderung des Einzelnen, so wichtig diese auch ist, sondern um die Veränderung der Gesellschaft. Eine Stadt blüht auf durch den Segen, den ehrliche Menschen ihr bringen. Aber die Worte der Gottlosen sind ihr Untergang. Wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch behält die Sache für sich. Ohne eine gute Regierung geht jedes Volk zugrunde. Wo aber viele Ratgeber sind, gibt es Sicherheit. Sei ein Segen für dein Land. Du kannst mit deinem Leben nicht nur deine Familie und dein persönliches Umfeld beeinflussen, sondern auch die Stadt, in der du lebst, und sogar das ganze Land. Der Autor der Sprüche argumentiert, dass sich unsere Lebensweise nicht nur auf uns selbst, sondern auch auf die Welt um uns herum auswirkt, sowohl positiv als auch negativ. Einerseits gilt, wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Und durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zu Wohlstand. Andererseits jedoch, das Gerede der Gottlosen aber bringt sie zum Einsturz. Und ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde. Wie also sollen wir leben? Sprich nicht schlecht über deinen Nächsten. Halte vielmehr deine Zunge im Zaum. Sei kein Tratschmaul, sondern ein zuverlässiger Hüter dir anvertrauter Geheimnisse. Wir alle brauchen kluge, gottesfürchtige Menschen um uns, die uns gute Ratschläge geben. Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde, mit vielen Ratgebern aber lebt es sicher. Wenn du kluge Ratgeber hast, besprich dich oft mit ihnen. Wenn du keine hast, bitte Gott, dass er dir welche zur Seite stellen möge. Sei freundlich und handle gerecht. Wenn du so lebst, hat das Auswirkungen auf die Welt um dich herum. Herr, lass mich einen guten Einfluss auf meine Stadt und mein Land haben. Ich möchte sehen, wie sich die Welt um mich herum zum Guten verändert. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Reiße Barrieren nieder Jesus kam, um die gesellschaftlichen Barrieren einzureißen. Jesu Bekanntheitsgrad nahm immer weiter zu. Die Pharisäer verfolgten genau, was er tat. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Aber Jesus hatte gar kein Interesse an Rivalität, Ruhm oder Wettbewerb. Als er davon hörte, verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Er hatte aber großes Interesse, einer einzelnen Samariterin zu helfen. Und er nimmt sich viel Zeit dafür. Mutter Teresa sagte einmal, lass dich von Zahlen nicht verrückt machen. Hilf einfach einem Menschen nach dem anderen und fang dabei immer mit der Person an, die dir am nächsten ist. In dieser Begegnung zeigt Jesus, dass ein Weg, die Gesellschaft zu verändern, darin besteht, Trennungslinien einzureißen. Erstens, Schluss mit dem Geschlechterkampf. Jesus unterhielt sich ausgedehnt und in aller Öffentlichkeit mit einer Frau. Das widersprach völlig den damaligen Konventionen. Strenge Rabbis verboten Rabbis, Frauen in der Öffentlichkeit auch nur zu grüßen, geschweige denn, sich mit ihnen zu unterhalten. Als die Jünger zurückkamen, waren sie erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen. Ohne großes Trara beendete Jesus den Fluch des Sündenfalls, gab der Frau ihre teilweise verlorengegangene Würde wieder und stellte für die Gemeinschaft seines neuen Reiches den ursprünglichen Schöpfungssegen wieder her, in dem Mann und Frau gleichgestellt sind, so John Stott. Die Geschlechter sollen sich nicht bekriegen. Papst Benedikt XVI. drückte es so aus. In Christus können Rivalität, Feindschaft und Gewalt, die das Verhältnis von Männern und Frauen verzerrt haben, überwunden werden, beziehungsweise sind überwunden worden. 2. Schluss mit Rassismus, Diskriminierung und Apartheid Die Trennung zwischen Juden und Samaritern hatte eine lange Geschichte. Die Samariter waren eine verachtete, machtlose Minderheit. Sie wurden unterdrückt, galten als wertlos. Johannes erläutert, normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Jesus macht bei der Wahrheit keine Kompromisse. Die Erlösung kommt durch die Juden. Trotzdem geht er auf die Samariterin zu. Damit bricht er den Fluch von Rassendiskriminierung und Apartheid. Um die Gesellschaft zu verändern, müssen rassistische und ethnische Mauern eingerissen werden. 3. Schluss mit Klassenkampf und sozialen Barrieren Gott liebt dich unabhängig von deiner Vergangenheit oder deiner gegenwärtigen Lebensweise. Gott sei Dank liebt er unvollkommene Menschen. Indem er sie um Wasser bittet, zeigt uns Jesus, wie wir uns gebrochenen, verletzten Menschen nähern sollen. Nicht bevormundend und von oben herab, sondern demütig bittend, wie ein Bettler. Die Frau muss eine soziale Außenseiterin gewesen sein. Mit ihrer Geschichte zerbrochener Beziehungen, ausgestoßen und verspottet von ihren eigenen Leuten, war sie in der Mittagszeit alleine zum Brunnen gekommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sprach nicht nur mit einer Frau, einer Samariterin noch dazu, sondern er sprach mit einer Sünderin. Diese Frau führte ein unmoralisches Leben. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Mehrfach geschieden lebte sie nun in wilder Ehe mit einem Mann zusammen. Jesus spricht die Wahrheit aus, aber er richtet sie nicht. Er verurteilt oder weist die Frau auch nicht wegen ihrer Lebensweise oder sozialen Position ab. Die Frommen mischten sich nicht unter die Sünder. Indem er sich mit dieser promiskuitiven Frau abgibt, reißt Jesus noch eine weitere Mauer ein. Seine Liebe reicht in alle Ecken der Gesellschaft, überwindet alle sozialen Schranken, Lebensformen und gesellschaftliche Stellungen. Letzten Endes ist es allein der Heilige Geist, der gesellschaftliche Veränderungen zu Wege bringt. Der Heilige Geist bringt Einheit, reißt die Trennungen zwischen Geschlechtern, Rassen und sozialen Schichten ein. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, sollte an vorderster Front für die Gleichberechtigung der Geschlechter, Ethnien und in der Gesellschaft kämpfen. Das Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau drehte sich allein um den Heiligen Geist. Sie brauchte keinen Vortrag, sie brauchte lebendiges Wasser. Jesus sagt zu ihr, Jesus ist gekommen, um unseren Durst nach Anerkennung, Beziehung und Sinn zu stillen. Das Leben, das wir erhalten, ist dasselbe, das wir geben. Wir werden zu einer Lebensquelle für andere. Gesellschaftlicher Wandel beginnt mit dem Heiligen Geist, der unser Leben verändert. Er beginnt damit, das Wasser des Lebens zu trinken, das Jesus jedem gibt, der an ihn glaubt. Wenn der Heilige Geist in dir Wohnung nimmt, wird er zur endlos überfließenden Quelle in deinem Leben bis in die Ewigkeit hinein. Der Heilige Geist und deine persönliche Beziehung mit Gott verändern dich. Das Wort, das hier mit Anbeten übersetzt ist, bedeutet, auf die Knie gehen, in eine enge Liebesbeziehung treten. Deshalb müssen wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Herr, ich komme heute zu dir, um von deinem lebendigen Wasser zu trinken. Ich bete, dass es von meinem Herzen fließt und alle meine Beziehungen verändert. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim und sagte zu den Israeliten, »Ich habe euch aus Ägypten befreit und in das Land gebracht, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Damals schwor ich meinen Bund mit euch niemals zu brechen. Ich befahl, lasst euch nicht mit den Bewohnern dieses Landes ein. Zerstört ihre Götzenaltäre. Doch was habt ihr getan? Ihr habt nicht auf mich gehört. Darum werde ich diese Völker nicht mehr aus eurem Gebiet vertreiben. Stattdessen wird das eintreffen, wovor ich euch gewarnt habe. Sie werden euch großes Leid zufügen und euch mit ihren Götzen ins Verderben stürzen. Bitte Gott um gute Leiter Die Welt, in der wir leben, ist zerrüttet und chaotisch und damit in gewisser Hinsicht der Zeit, wie sie im Buch der Richter beschrieben wird, nicht unähnlich. In das Buch der Richter einzutauchen, ist geradezu ein Schock. Es ist eine einzige Mixtur aus sexuellen Ausschweifungen, Gewalt, Vergewaltigung, Massakern, Brutalität, Betrug und Chaos. Die Menschen bekamen Götzendienst und Sünde nicht in den Griff, als sie sich im verheißenen Land niederließen. Trotz aller Warnungen ließen sie sich auf die religiösen Praktiken der Völker um sie her ein und ihre Götter wurden zur Stolperfalle für sie. Gott fordert dich auf, konsequent alles Schlechte aus deinem Leben zu verbannen. Keine Kompromisse. Es reicht ihm nicht, wenn du die kritischen Lebensbereiche einfach zurückstutzt. Du musst sie komplett entfernen. Das Volk befand sich in einem Kreislauf des Ungehorsams, der Unterdrückung durch seine Feinde und dem Anrufen Gottes um Hilfe. Gott antwortete, indem er ihnen Richter, Leiter schickte. Dabei erwählte er auch, ungewöhnliche Menschen zu leitern, was eine große Ermutigung für uns heute ist. Bevollmächtigt vom Heiligen Geist erlösten diese das Volk und veränderten ihre Welt. Herr, ich bitte dich um gute Leiter für unsere Stadt und unsere Gesellschaft, die die Welt verändern und bewirken, dass der Name Jesu wieder geehrt wird. Johannes 4, Verse 1 bis 26 Von all den Leuten, mit denen er seine Zeit hätte verbringen können, suchte er sich die Geringsten aus. In dem von Jesus auf den Kopf gestellten Reich ehrt Jesus die Ehrlosen.